Sehr geehrte Damen und Herren, werte Medienvertreter, liebe Gäste, herzlich willkommen zur heutigen Pressekonferenz nach dem zweiten Halbfinale zwischen der USA und Kanada. Die Teams trennten sich, 5 zu 4 nach Verlängerung. Herzlichen Glückwunsch an den Trainer der amerikanischen Mannschaft und sein Team. Welcome, ladies and gentlemen, to today's press conference of the game between USA and Canada, which ended with a Team USA win in overtime, 5 zu 4. We now welcome both head coaches of the teams, Mr. Ron Rosen of Team USA and Mr. Mike Williamson of Team Canada. Mr. Williamson, congratulations to a great game. Your statement, please. Thank you. I thought it was a great hockey game. We dug ourselves a big hole in the third period, but I'm really proud of the way our players fought as hard as they did to come back and get the game to overtime. I thought we had some good chances in overtime as well, but we didn't capitalize and obviously the U.S. has a strong team, plays hard and plays together. In the end, they were the better teams in there. Thank you very much. Thank you very much. Mr. Ron Rosen, welcome. I thought we were extremely fortunate to win that hockey game. Very fortunate. You know, I think Mike did a masterful job with his team when they were down 4 to 1, just the way they believed in the momentum swings. These 18-year-old players, when momentum swings, you know, for us it was hard to get the guys back. And they certainly started feeling it and were believing, and Mike did a terrific job, you know, tying the game and sending it into overtime. And I think, you know, they had the play in overtime, too, because we were still a little bit back on our heels and, you know, they were taking it to us in overtime. And we were fortunate. One of their best players was up the ice with the puck. It could have easily been a goal for them, and it goes out the weak side and gives us an opportunity back up ice. So, you know, I'm sitting in this chair, obviously very thankful that we won, but knowing that we were very fortunate in the win. And, you know, I think fans of Krimmichau saw that the four best teams play here this afternoon, and we certainly, you know, wish Canada all the best luck tomorrow, because I think they're a great hockey team and extremely well coached. Mr. Rolston said, er ist mehr als glücklich, und es war ein sehr glücklicher Sieg am Ende, sein Kollege hat einen super Job gemacht, sein Team wieder zurück ins Spiel zu bringen, wie sie nach dem 1-2-4 noch daran geglaubt haben und das Momentum übergegangen ist nach Kanada, und sie in die Obertheim gebracht hat, war schon großartig und sein Team hat extrem geschwommen am Ende. Die Kanada hat noch Chancen in der Verlängerung das Spiel zu entscheiden, gerade ihr bester Spieler hatte noch die Chance und der Puck ist dann knapp vorbei gegangen. Er ist sehr, mehr als glücklich und er denkt, die Fans in Krimmichau haben heute die vier besten Teams gesehen, die bei diesem Turnier teilnehmen. Ja und er wünscht seinen Kollegen alles Gute für das morgige Spiel und sie sind ein großartiges Team und mit einem großartigen Trainer. Dann vielen herzlichen Dank an die beiden Trainer für die Statements. Werden wir die Vertreter, Sie haben jetzt die Gelegenheit, den beiden Trainern Ihre Fragen zu stellen. Bitte sehr. Keine Fragen, dann vielen Dank zunächst. Mein Kollege findet jetzt noch die Abschlussworte in Englisch und ich dann in Deutsch. Vielen Dank. Vielen Dank für ein tolles Spiel. Vielen Dank. Vielen Dank. Und Best Wishes für euch, die 3rd Gameplay. Und Best Wishes für die Finale. Und ja, wünsche euch alle gute Spiels morgen und sehen euch morgen. Sauber. Ciao.